Schnee, Eis und Glätte in Flensburg. Dafür gibt's den Winterdienst im TBZ. 110 Profis sorgen für freie Bahn auf Straßen und Wegen. Sechs Großräumfahrzeuge kümmern sich um Flensburgs Straßen, damit alle sicher zur Arbeit, zur Schule und wieder nach Hause kommen. Wir vom TBZ checken rund um die Uhr das Wetter und sorgen dann für freie Fahrt. Wir sind überall unterwegs. Egal ob in der Innenstadt oder in den Außenbezirken. Am Steuer volle Konzentration und ganz viel Erfahrung. Für euch geräumt, gemeinsam für Flensburg. Wo weniger Platz ist, kommen unsere TBZ-Handkolonnen zum Einsatz. Ihr Revier, öffentliche Geh- und Radwege. Drei Mann, drei Schaufel und wenn nötig, Salz und Sand. Dann sind Geh- und Radwege ganz schnell wieder frei. Aber nicht vergessen, vor Privathäusern besteht auch eine Räumpflicht für die Eigentümer. Für euch gestreut. Gemeinsam für Flensburg. Zusätzlich sind 14 kleine Räumfahrzeuge von Mitte November bis Ende März in Bereitschaft für den TBZ-Winterdienst. Auch auf Nebenstrecken und an den beliebten Ausflugszielen. Nur räumen oder auch streuen, das entscheiden unsere erfahrenen Kollegen vor Ort. Die kennen sich aus. Damit alle den Winter in Flensburg so richtig genießen können. Für euch geräumt. Gemeinsam für Flensburg. Der Winterdienst vom TBZ. Ihre Profis bei Schnee, Eis und Glätte. Gemeinsam für Flensburg. med und gruppa? Ja, das war es jetzt. Mit er zweit participating. Mit das Weich sehen darf. Untertitelung des ZDF, 2020